Herzlich willkommen! Seien Sie recht herzlich gegrüßt aus dem Bibelcenter in Breckerfeld. Mein Name ist Johannes Vogel, ich bin Schulleiter hier in dieser Einrichtung und gerne möchte ich zu Anfang mit Ihnen beten. Treue Gott und Vater, wir kommen zu Dir und danken Dir jetzt für die Zeit, die wir haben können, um uns mit Deinem Wort zu beschäftigen. Segne Du diese Zeit und gib, dass wir anders von dieser Stunde, von dieser Zusammenkunft herausgehen können, als wie wir hineingekommen sind, weil Du zu uns geredet hast, weil Du uns angesprochen hast im Herzen. Und sei Du jetzt mitten unter uns, so wie Du es verheißen hast, wo zwei oder drei in Deinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Euch. Und darauf wollen wir uns stützen. Wir danken Dir jetzt dafür und sind gespannt, was Du uns zu sagen hast aus Deinem Wort. Amen! In dieser Predigt wollen wir etwas hören, das Ihren Alltag mit allergrößter Wahrscheinlichkeit verändern wird. Denn dieses Thema, was wir heute haben, heißt, trifft den Nagel auf den Kopf. Und dazu haben wir eine PowerPoint, habe ich eine PowerPoint erstellt. Und ich glaube, es wird ganz praktisch sein, von dem, was wir miteinander hören werden, was wir miteinander erarbeiten werden in dieser Zeit. Wenn beim Arbeiten jemand den Nagel ständig schief reinhaut, dann wird man, glaube ich, nicht so begeistert sein. Es ist aber auch nicht immer leicht, den Nagel ständig auf den Kopf zu treffen. Es gibt so viele verschiedene Größen von Nägeln und auch ganz verschiedene Materialien. Und dann ist es nicht so einfach, da immer den Nagel auf den Kopf zu treffen. Aber wenn man präzise trifft, dann ist das einfach nur genial. 100% ins Schwarze getroffen. Ich habe so jemanden gekannt, der hat den Nagel dann erst vorher, bevor er den eingeschlagen hat, und das waren solche langen Zimmermannsnägel, erst so durch den Mund gezogen und dann hat er angesetzt und zack, mit einer Sache reingeschlagen. Und der saß ganz feste drin. Sehr beeindruckend. Diese Redewendung, den Nagel auf den Kopf treffen, sagen einige, das kommt aus dem antiken Rom. Der römische Dichter Plautus sagte einmal, Rem aku tetigisti, lateinisch wörtlich übersetzt, heißt das, du hast die Sache mit der Nadel berührt. Oder auch anders ausgedrückt, die Sache auf den Punkt gebracht. Den Nagel auf den Kopf treffen, das ist das Gleiche wie auch im Schießsport ins Schwarze zu treffen. Da ist diese Scheibe und man trifft genau in die Mitte. Deswegen sagen auch einige, dass diese Redewendung eventuell gerade aus diesem Bereich des Bogenschießens kommen könnte. Die Zielscheibe wurde nämlich damals mit einem Nagel im Mittelpunkt, direkt in diesem Schwarzen, direkt befestigt. Und wer dann genau in die Zwölf, also in die Mitte getroffen hat, der traf den Nagel auf den Kopf. Man muss sich konzentrieren, genau zielen, um die volle Punktzahl zu erreichen. Und es ist nicht leicht, es braucht viel Training, um genau diesen Punkt zu haben, dass man sagen kann, ich treffe den Nagel auf den Kopf. Den Nagel auf den Kopf treffen. Und darum soll es ja gehen heute in dieser Ansprache. Trifft den Nagel auf den Kopf. Den Nagel auf den Kopf treffen, das meint im Alltag das Wesentliche zu benennen oder auch das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, zur richtigen Person, den Kern einer Sache tatsächlich erfassen. Etwas ganz treffend beschreiben. So könnte man es auch sagen. Man kann im Ernsten, Ton, aber auch mit freundlichen Worten den Nagel auf den Kopf treffen. Manchmal sogar auch mit einem, ja, mit einer Prise Humor. Den Nagel auf den Kopf treffen. Mit einer bestimmten Handlung können auch wir sogar nonverbal, das heißt ohne dass ich sogar etwas rede, den Nagel auf den Kopf treffen, ins Schwarze treffen. Mein Enkel ist noch relativ klein und dann kommt er zu mir und sagt dann nur so, dann guckt er mich so an mit diesen Kulleraugen und dann sagt er, Opa, 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 Bärchen. Ich habe so eine Schublade bei mir am Schreibtisch und da sind Gummibärchen drin. Und dann guckt er mich nur so an, Opa, Bärchen. Da kann keiner widerstehen. Und er trifft den Nagel auf den Kopf. Genau mit dieser Aussage nimmt auf dieser Erde, niemand auf dieser Erde hat mit dem eigentlich, was er gesagt hat und getan hat, den Nagel so auf den Kopf getroffen wie Jesus Christus. Jesu Worte waren immer 100% Treffer ins Schwarze. Und darum hat er ja auch ständig die heftigsten Reaktionen bei seinen Zuhörern ausgelöst. Also das war nicht nur immer positiv, sondern auch negativ aus menschlicher Sicht gesehen. Die Jünger gaben alles und folgten Jesus nach. Warum? Weil er mit seinen Worten voll ins Schwarze getroffen hat. Er hat in ihr Leben direkt hineingesprochen und dann wurde der Berufungsnagel, so möchte ich mal sagen, mit einem Satz versenkt, nämlich dieser bekannte Satz aus Lukas 5, Vers 27 und Vers 28. Lukas 5, Vers 27 und Vers 28. Wo er sagt zu diesem Matthäus, dem Lefi, dem Zöllner, Folge mir nach. Zack! Und der Nagel saß. Dieser Nagel, dieser Berufungsnagel, der saß. Und dann könnte man weiterlesen, wenn sie ihre Bibel mit dabei haben, Lukas 5, Vers 28. Dann heißt es da, und er diskutierte noch einmal und hat nochmal auf sein Bankkonto geschaut, ob es klappen könnte und hat dann noch gewisse Leute gefragt. Nein, das steht da nicht in Vers 28. In Vers 28 steht, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Mit dieser Aussage Jesu hat er in das Schwarze getroffen. Und andere Zuhörer reagierten aber auch ganz anders auf diese Aussagen Jesu. Wir waren im Lukas-Evangelium einfach ein paar Kapitel weiter. Lukas 19, Lukas 19. Lukas 19, Vers 47. Da heißt es, Lukas 19, Vers 47. Die vornehmsten des Volkes aber trachteten danach, ihn umzubringen. Ganz andere Reaktion. Jesus redet konkret also zu den Menschen, egal wie sie reagieren würden. Er war keine Labertasche. Er war kein Schwätzer. Er redete nicht hinter dem Rücken und lästerte herum. Das war nicht Jesus. Er hat nicht übertrieben und er hat nicht untertrieben. Wenn Jesus den Menschen begegnete, dann handelte er nicht wie ein mystischer Guru. Absolut nicht. Er sagte sehr klar, wer er ist, was er vorhatte. Und er handelte dann auch ganz danach. Das war sein Anliegen. Nicht jeder Zuhörer verstand natürlich sofort alles. Aber mit der Zeit dann schon. Jesus sagte immer, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und da können wir lernen. Er sprach nicht in sozialverträglicher oder politisch korrekter Sprache. Er lebte auch nicht das, was heute so in ist. Political Correctness. Nein, absolut nicht. Nicht Jesus. Er war definitiv darum nicht besorgt, die Gefühle der anderen zu verletzen. Sondern ganz im Gegenteil. Die Wahrheit stand immer über den Gefühlen. Die Gefühle waren untergeordnet und die Wahrheit war übergeordnet bei Jesus. Ganz klar. Und genau das macht Jesus und auch die Bibel heute so unbequem. Gefühle, Emotionen. Darauf kommt es doch heute an. Oh, es muss alles gefühlvoll sein, emotional. Es muss so schön sein. Darauf wird heute sehr, sehr, sehr viel Wert gelegt. Mancher Pfarrer, mancher Prediger, mancher liberaler Theologe bekommt Schweißausbrüche, wenn sie aus der Bibel etwas vorlesen müssen. Zum Beispiel, ich bin der einzige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Da kriegen Theologen, die nicht so bibelkonform sind, die es nicht so genau nehmen, die kriegen es. Die würden dann lieber so lesen, ich bin einer der Wege. Ich beinhalte Wahrheit und auch Leben. Es ist schwierig, mit Gott in Kontakt zu kommen. Aber ich kann dir dabei helfen, wenn du möchtest, auf verschiedene Wege zu ihm zu kommen. Das würden viele am liebsten so lesen, damit so alles offen bleibt. Aber wir sollten bedenken, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Worte wie Sünde, wie Hölle, wie Unterordnung, Israel, Entrückung der Gemeinde oder auch Absolutheitsanspruch der Bibel. Das sind so Wörter und Aussagen, die sind tabu mittlerweile in vielen, vielen Kreisen, Gemeinden und Einrichtungen. Und darum gibt es ja auch so diese sogenannte Bibel in gerechter Sprache. Ein noch krasseres Beispiel ist die Polksbibel. Und ich habe mich nicht versprochen, absolut nicht. P-O-L-K-S, Polksbibel. Die Bibel, so ist die Abkürzung, Polksbibel, Bibel in korrekter, in politisch korrekter Sprache. Sie ist noch nicht ganz erschienen, aber sie arbeiten daran, diese Bibel, die Bibel so zu übersetzen, in politisch korrekter Sprache. Ich habe hier ein paar Verse einfach mal aus dem Internet gezogen, aus dieser Polksbibel, Matthäus 25, Vers 35. In der normalen Bibel, in der Originalbibel, Luther oder auch Elberfelder heißt es, ich bin ein Fremdling gewesen, Matthäus 25, Vers 35. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. In der neuen Polksbibel-Übersetzung soll das dann heißen, ich bin eine Person mit Migrationshintergrund gewesen und ihr habt mir Asyl gewährt. Noch heftiger in Lukas 4, Lukas 4, Vers 25. Da heißt es, es waren viele Witwen in den Tagen Elias. Die Polksbibel sagt dann dazu, viele Neo-Single-Survivorinnen lebten in den Tagen des Elia. Das trifft den Nagel überhaupt nicht auf den Kopf, sondern immer vorbei. So ein Unsinn, das sollen wir nicht nachahmen, absolut nicht. Ganz im Gegenteil, wir wollen und sollen Jesus und sein Wort, da sollen wir Nachahmer sein. Und dazu werden wir ganz klar aufgefordert, hier in seinem Wort. Bitte schlagen Sie mal auf, Epheser 5, Epheser 5, Vers 1. Epheser 5, Epheser 5, Vers 1. Da heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und in 1. Johannes 2, Vers 6 sagt uns Gottes Wort, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist auch verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Dieses Thema gibt jedem von uns also heute diese Chance, darüber nachzudenken, was das heißt, für jeden selber den Nagel auf den Kopf zu treffen. Den Nagel auf den Kopf zu treffen. Es geht nicht darum, sich mit einem Nagel zu verletzen, absolut nicht, sondern Jesus-ähnlicher zu werden. Ganz praktisch meine ich damit, reden wir konkret mit Jesus, handeln wir konkret wie Jesus und reden wir konkret von Jesus. Und diese drei Punkte, die wollen wir uns miteinander anschauen. Der erste Punkt heute, trifft den Nagel auf den Kopf und rede konkret mit Jesus. Rede konkret mit Jesus. Wer mit Taten und Worten 100% den Nagel auf den Kopf treffen will, der braucht Vorbereitung. Und dieser erste Nagel, ich möchte ihn heute mal nehmen und ich habe das extra so hier mal vorbereitet, den ersten Nagel hier reinstecken. Ich habe so diese drei Nägel, diese drei Punkte, die wir heute miteinander uns erarbeiten wollen, einfach mal so ganz plastisch auch mitgebracht. Es braucht einen ordentlichen Hammer, um diesen Nagel reinzuschlagen. Dieser Hammer in dieser Größe Da kann ich sehr lange versuchen, diesen Nagel, das wird nicht gehen. Er ist zu klein, um für diesen dicken Nagel ihn irgendwie zu bewegen an der Stelle. Es hört irgendwann auf. Es ist nicht der richtige Hammer. Wir, jeder, der Christ ist, hat ja eigentlich seinen Hammer immer mit dabei, nämlich hier. Gottes Wort. Bitte schlagen Sie mal auf. Jeremia 23, Jeremia 23, Vers 29. Jeremia 23, Vers 29. Da heißt es, ist mein Wort nicht, wie ein Feuer spricht der Herr und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Jeremia 23, Vers 29. Willst du also effektiv sein, dann brauchst du als Grundlage immer Gottes Wort und das Gebet. Gottes Wort und das Gebet. Ohne diese beiden Komponenten geht es schief. Leider fällt es uns nicht immer leicht zu beten. Ich weiß das von mir selber. Wenn wir unsere Gebetsmuskeln nicht trainieren, dann werden sie verkümmern. Das ist so. Jesus hat uns vorgelebt, dass das Gebet die wichtigste Vorbereitung für alles ist, was wir sagen, was wir tun, wie wir handeln, wie wir reden. Einfach alles in unserem Leben. Er nahm sich immer Zeit, der Herr Jesus, mit seinem Vater im Himmel zu reden. Warum zog er sich sonst so oft an einsame Orte zurück und betete? Weil das Gebet uns Gott näher bringt. Es schafft ein besonderes Vertrauensverhältnis. Im Gebet ordnet der Herr Gott selber unsere Gedanken. Das ist wie so ein Pausennotknopf. Kennen Sie die? Diesen Notknopf, wo man so draufdrücken kann und da steht auf einmal alles still? In einem bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus im Gebet niemals irgendwo um den heißen Brei herum geredet hat. Das glaube ich nicht. Und damit meine ich nicht, dass er respektlos gewesen wäre, sondern er war sehr konkret in dem, was er sagte. Wenn uns etwas unter den Nägeln brennt, dann sollten wir lernen in unseren Gebeten was? Den Nagel auf den Kopf zu treffen. Den Nagel auf den Kopf zu treffen. Wenn wir in die Psalmen hineinschauen, was die Psalmisten getan haben, wenn sie gebetet haben, wenn sie wirklich gerungen haben im Gebet. Bitte, Psalm 4, Vers 2. Schlagen Sie ruhig mit auf. Psalm 4, Vers 2. Psalm 4, Vers 2. Psalm 4, Vers 2. Da heißt es, Psalm 4, Vers 2. Da wird nicht nur so ein bisschen leise geredet, sondern antworte mir auf mein Schreien. Psalm 88, Vers 14. Ich aber schreie zu dir. Am Morgen kommt dir mein Gebet entgegen. Wann haben wir das letzte Mal den Herrn angerufen, geschrien? Herr, hilf mir! Jesus fordert uns mit seinem Vorbild heraus, den Gebetsnagel auf den Kopf zu treffen. Er fordert uns heraus mit seinem Vorbild, den Gebetsnagel auf den Kopf zu treffen. Nehmen wir uns doch am Gebetsverhalten von Jesus ein ganz großes Beispiel. Die meisten Christen sagen eigentlich, dass sie mehr beten müssten. Stimmt das? Also bei mir ist das so. Ich müsste eigentlich mehr beten. Heute fordert uns der Herr heraus, unser Gebetsleben einmal wieder neu zu überprüfen. Beten wir ohne Unterlass oder beten wir nur noch vor dem Mittagessen? Ich las vor kurzem einen Superspruch. Und die heutige Generation ist vielleicht dann noch etwas mehr angesprochen als die Leute, die schon älter sind, die, obwohl es gibt auch viele Leute, die älter sind und nur am PC hängen oder am Handy hängen, am Smartphone, aber auch gerade die jungen Leute. Und dann las ich diesen Satz, bete genauso lange, wie du heute Zeit verbracht hast, an deinem Smartphone oder du im Internet warst. Puh, das ist eine Herausforderung. Das ist für mich eine Herausforderung. Ich bin sehr oft mit dem Handy am Telefonieren, weil es ein Arbeitsgerät ist. Aber genauso lange auch beten? Sind wir besonnen und nüchtern zum Gebet? Anders gesagt, denken wir nach, was wir da beten? Die kontinuierlichen und konkreten Gebete, die gaben Jesus das Vertrauen und den Mut, das Unmögliche zu tun. Die Frage ist, sind wir denn beharrlich im Gebet? Ich erinnere mich daran, ich bin eingeladen gewesen, auf einer Konferenz in Sao Paulo zu reden, in Brasilien. Und die Tage des Rückfluges kamen dann und wir durften dann noch zwei Tage länger in Sao Paulo bleiben. und dort war ein Missionar, der ein kleines Missionswerk betreibt und sie drucken Traktate. Traktate, die aber so anders sind, als wie wir uns die vorstellen, also nur so ungefähr so groß, so groß ungefähr wie ein Smartphone und Vorder- und Rückseite bedruckt in vier Farben und auf etwas dünnerem Papier, so dass man die sehr leicht und schnell verteilen kann. Und dieser Mann macht das schon mehr als, mit seiner Frau schon mehr als 30 Jahre dort in Brasilien, in Sao Paulo und sie drucken jedes Jahr, jedes Jahr 250 Millionen Traktate und sie werden jedes Jahr verteilt. Und in den ersten Jahren, wo sie das gemacht haben, sahen sie eigentlich keine Rückmeldung darauf und sie haben gebetet, haben gebetet, Herr, schenkt doch, dass etwas durch diese Traktate passiert, aber wenn man da keine Reaktion drauf bekommt. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt und die fand ich sehr beeindruckend. Da war ein Mann, er ist nach Hause gekommen, hat seine Frau in flagranti erwischt, wie sie im Bett mit seinem besten Freund lag und ihn betrogen hatte also. Dieser Mann rastet aus, läuft aus dem Haus, fährt mit seinem Auto in die Innenstadt nach Sao Paulo und hält beim nächsten Waffenladen an und kauft sich eine Knarre. So eine richtige, feste, große Pistole. Dazu die Munition und dann macht er sich auf den Heimweg, weil er seine Ehefrau erschießen will. Da sieht er da noch einen Schnapsladen. Er hält an, weil er will sich danach, wenn er seine Frau erschossen hat, betrinken und dann sich selber erschießen. Also geht er in den Schnapsladen rein und in der Zwischenzeit, wo er in dem Schnapsladen ist, kommt ein Mann und steckt an diesen Parkplätzen hinter die Scheibenwischer der Autos diese Traktate und auch ein Traktat an dieses Auto von diesem Mann, der jetzt gerade im Begriff ist, seine Frau umzubringen. Der Mann kommt aus dem Schnapsladen zurück, sieht vorne am Scheibenwischer, dass da was hängt und er denkt, das hat die Polizei ihm ein Knöllchen dahin gehangen und er nimmt das, setzt sich ins Auto und liest dieses Traktat Vorder- und Rückseite in einem durch. Er sieht unten die Adresse von diesem Mann, der diese Traktate druckt und er guckt sich um, das ist nicht weit hier von diesem Platz und er fährt dorthin, er klingelt und dieser Mann ist da, dieser Missionar. Er lädt ihn ein, kommt auch rein und dann setzen sie sich ins Büro und dann hat er zwei Stunden lang ein Gespräch mit diesem Missionar. Nach zwei Stunden kniet dieser Mann, der seine Frau erschießen wollte, nieder mit diesem Missionar, übergibt sein Leben an Jesus Christus aufgrund dieses Traktates. Und dann sagt dieser Mann, wie finanziert ihr das alles hier? Und dann sagt dieser Missionar, ich, reine Spenden von Leuten, die diese Arbeit gut finden. Und dann sagt dieser Mann, ich habe kein Geld, ich kann dir nichts geben. Ach doch, warte. Dann läuft er zum Auto und dann holt er diese Knarre, diese Pistole und legt sie ihm auf den Bürotisch und sagt, nimm das. Nein, nicht um deine Frau zu erschließen. Nein, 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 nein. Sondern nimm diese Knarre, nimm diese Pistole, bring sie in das Waffengeschäft, gib sie zurück und er soll dir das Geld geben und dann nimm dieses Geld und trug Traktate dafür. Gott hat nach so vielen Jahren dieses Gebet, dieses Missionars und viele Geschwister erhört, dass diese Traktate, die weitergegeben wurden, Jahr auf Jahr Reaktionen gezeigt haben. Und dieser Missionar hätte mir noch viele Geschichten erzählen können. Am Beispiel von der schrecklichsten Nacht in Gethsemane bei Jesus Christus wird das auch besonders deutlich, was es heißt, dass Gott das Unmögliche tun kann. In Markus 14, bitte, schlagen wir doch mal auf, Markus 14, Markus 14, Markus 14, die Verse 32 bis 35. Markus 14, 32 bis 35. Da heißt es, und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, diese Stunde an ihm vorübergehen. Jesus warf sich auf die Erde, voller Ehrfurcht, voller Verzweiflung. Jesus bat um das völlig Unmögliche. Er wusste doch genau, er wusste es ganz genau, dass sein Tod der einzige Weg war und dennoch traute er sich, diese Bitte, die er hatte, auszusprechen im Gebet. Dann heißt es hier weiter in Vers 36 und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus stülpt im Gebet also sein Innerstes nach außen. Er sprach seinen Wunsch aus und sagt dann aber trotzdem, dein Wille geschehe, was du willst, Herr. Wenn wir das so von Herzen beten, dann treffen wir den Gebetsnagel immer auf den Kopf. Wir dürfen unsere Herzenswünsche, die wir haben, frei äußern. Absolut. Doch jeder dieser Wünsche, den sollten wir Gottes Willen unterstellen. Sein Wille soll doch geschehen. Sein Wille, darauf kommt es doch an. Lesen wir weiter, was das für einen Effekt hatte auf das Gebet Jesu, bitte, Vers 37 aus Markus 14, Markus 14, Vers 37 und 38. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Obwohl er völlig verzweifelt und betrübt ist bis in den Tod, so haben wir das ja gehört von Jesus, hat er trotzdem noch die Kraft, seine Jünger zum Thema Gebet anzuleiten. Er macht ihnen damit ganz klar und deutlich was. Das Gebet ist die stärkste Waffe gegen Anfechtung. Gebet ist die stärkste Waffe gegen Anfechtung. Und das sollten sie sich merken. Und das sollten wir auch uns heute mitnehmen, dass das Gebet die stärkste Waffe ist gegen Anfechtung. Das sollten die Jünger in der Nacht unbedingt wissen. Das müssen wir auch heute dringend wissen. Jeder einzelne von uns. Der Teufel versucht uns einzureden, dass unser Gebet schwächer ist als die Versuchung, die an der nächsten Straßenecke auf uns lauert. Aber genau der Gegenteil ist doch der Fall. Gegen unser schwaches Fleisch, gegen unsere Süchte, gegen unser Ego, gegen unsere Wünsche, da kommen wir nicht selber an. Das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Da müssen wir im Gebet voll ins Schwarze treffen. Und Jesus immer wieder ganz konkret sagen, wie es um uns selber steht. Im nächsten Vers hier in Markus 14, da wird uns das bewusst, dass Jesus das selber sogar befolgt. Da heißt es in Vers 39, Markus 14, Vers 39. Und er ging wiederum hin, und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. diesen unscheinbarer Satz. Diesen unscheinbaren Satz hier, den finde ich sehr, sehr tröstend. Jesus ist sich überhaupt nicht zu schade, dasselbe noch mal zu beten. Interessant. Der Vater im Himmel ist sich auch nicht zu fein, unsere Anliegen immer und immer wieder zu hören. Kennen Sie das? Wenn man so zusammensitzt als Christen, man ist in so einer Gebetsgemeinschaft, da sollen mehrere beten, und dann betet man, oder man weiß, man kommt jetzt als Nächster dran im Gebet, vielleicht wird reihum gebetet, und genau der vor mir betet das, was ich mir jetzt gerade so schön zurechtgelegt hatte, wofür ich beten will. Oh, jetzt kann ich doch nicht das Gleiche beten, dann bin ich ja einfallslos, und was sollten die Leute von mir denken. Kennen Sie das? Ich kenne das. Sag es doch einfach noch mal mit deinen Worten. Wo ist denn das Problem? Wir haben so Ängste, die gar nicht berechtigt sind. Jeder, der die Bibel liest, weiß doch, dass aus dem Gebet in Gethsemane, was wiederholt wurde, die größte Tatsache der Weltgeschichte entstanden ist, nämlich das Kreuz auf Golgatha. Jesus ließ sich mit drei Nägeln, mit drei großen Nägeln ans Kreuz nageln, freiwillig, damit wir, sie und ich, du und wir und ich, ewiges Leben haben. Und damit hat er den Nagel der Sünde und des Todes zu 100 Prozent auf den Kopf getroffen. Aus dem Gebet heraus gibt uns der Herr also die Kraft, konkret zu handeln. Und das ist jetzt mein zweiter Nagel, mein zweiter Punkt, den wir hier miteinander heute besprechen wollen. Diesen zweiten Punkt, er heißt, trifft den Nagel auf den Kopf und handle konkret wie Jesus. Der erste Punkt war ja, rede konkret mit Jesus. Und jetzt der zweite Punkt, trifft den Nagel auf den Kopf, handle konkret wie Jesus. Jesus tat etwas, von dem ich nicht weiß, ob einer von uns freiwillig dazu bereit wäre. Er hat sich für dich und für mich brutal ans Kreuz schlagen lassen. Obwohl er nie etwas Falsches getan hat, obwohl er eine riesige Menge von Engeln hätte rufen können, die ihm geholfen hätten, ließ er sich quälen und foltern. Das haben wir schon so oft gehört, dass uns das vielleicht gar nicht mehr irgendwo berührt, gar nicht mehr so trifft. Aber ist uns das klar, wie brutal eine Kreuzigung gewesen sein muss? Wie brutal das gewesen ist? Und wenn man diese Nägel, diese handgeschmiedeten Nägel hier sieht, was das ist, wenn man diese Nägel reingehauen bekommt, das ist nicht nur mal so irgendetwas. Das ist nicht ein Spiel. Absolut nicht. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, keiner von uns sollte sich heute mit echten Nägeln irgendwo kreuzigen lassen. Absolut nicht. Damit man das mal erfahren kann, wie das ist. Nein, ganz bestimmt nicht. Jesus sagt uns aber etwas ganz, ganz Deutliches. Was? Matthäus 10, Vers 38. Matthäus 10, Vers 38, da heißt es, Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Das ist eine harte Aussage. Jemand hat einmal gesagt, es war ein Norweger, er heißt Henrik Ibsen und er war ein norwegischer Lyriker und Dramatiker, er hat gesagt, Weltverbesserer, die gibt es genug, aber einen Nagel richtig einschlagen können, das können die Allerwenigsten. Weltverbesserer gibt es genug, aber einen Nagel richtig einschlagen können. Das können die wenigsten. Wir alle, wir alle brauchen einen Glauben für Kopf, Herz und Hand. Einen Glauben für Kopf, Herz und Hand. Wir haben in unserer Christenheit, in unseren Gemeinden, in unseren evangelikalen Kreisen viel zu viele Schwätzer, Besserwisser und Obergescheitle und viel zu wenig Praktiker, die losgehen und von Jesus Christus tatsächlich weitersagen. Ein bekannter Mann aus Deutschland hat einmal gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Tun. Tu es doch endlich. Geh raus. Sag es den Menschen, dass Jesus Christus der alleinige Retter ist. Tu etwas. Dieser bekannte Mann, auch wenn ich an manchen Stellen überhaupt nicht mit ihm konform gehe, war Johann Wolfgang von Goethe. Wir bezeichnen uns stolz so als Königskinder, wir als Christen. Wir wollen aber nicht Sklaven Jesu Christi sein. Es gibt so eine Popgruppe für die Jüngeren unter uns, die wissen, wovon ich spreche. Eine christliche Band, sie nennt sich Könige und Priester. Oh, da sind wir sofort dabei. Könige und Priester, das wollen wir alle sein. Aber haben Sie schon mal eine Band, hast du schon mal eine Band gehört, die sich Diener und Sklaven nennt? Das ist nicht populär. Das hört sich auch nicht so toll an. Aber das sollten wir sein. Wir haben zu wenig Erntehelfer für das Reich Gottes. Wir haben zu wenig Bibelschüler, die hier die dreijährige Ausbildung machen. Warum? Weil man definitiv sich nicht ganz auf das Wort Gottes, sondern man braucht viele andere Sachen dazu. Man muss alles Mögliche an Emotionen, Gefühlen und Events haben. Aber nur das Wort Gottes, das ist zu wenig. Das ist zu heftig. Dann beschäftigt man sich ja nur damit. Aber hier drauf kommt es an. Wir haben zu wenig Gemeinden, die Menschen in die Mission schicken und dann auch auf Bibelschulen oder vorher und auch die Evangelisation machen. Das nimmt immer mehr ab. Warum haben wir so wenig Leute davon? Warum haben wir so wenig Gemeinden davon? Das ganz einfach beantwortet, weil es scheinbar zu viel kostet, das Ganze. Weil es eventuell auch wehtun könnte, weil das wäre ja ein Einschnitt in meine Privatsphäre. Ich müsste ja etwas opfern. Vielleicht würde ich auch Freunde verlieren, wenn ich gewisse konkrete Schritte unternehme. Und vielleicht auch, weil es keine sichere Sache ist. Ich kriege regelmäßig einen ganz dicken Hals und ich habe schon sowieso so einen dicken Hals. Wenn ich dann höre von Eltern oder auch von Gemeindeältesten, wenn sie jungen Leuten, die sich hier für die Bibelschule interessieren, sagen, ja, aber lernen doch erstmal was Vernünftiges. Ist eine Ausbildung im Wort Gottes etwas Unvernünftiges? Bevor wir jetzt anfangen, über andere zu urteilen, sollten wir uns selber hinterfragen. Hier, die eigene Nasenspitze, die ist jetzt gefragt. Wenn Sie einen Nagel zur Hand haben oder einen spitzen Gegenstand zur Hand haben, dann nehmen Sie einmal diesen spitzen Gegenstand und drücken diesen spitzen Gegenstand. Das geht zum Beispiel auch hier. Nicht jeder hat ja jetzt so einen Nagel hier zur Verfügung. Dann nehmen Sie mal so einen spitzen Gegenstand, ob das ein Kugelschreiber ist oder irgendetwas anderes und drücken Sie den mal in Ihre Handfläche. Machen Sie es gerade? Ich lasse Ihnen noch einen Moment Zeit. Sie können ja auch auf Pause drücken und sich eben was Spitzes suchen. Und dann probieren Sie das mal. Drücken Sie das mal feste in Ihre Handflächen hinein und jetzt noch ein bisschen fester, noch mehr Druck drauf geben. Merken Sie was? Das tut weh. Wenn ich das hier mit diesem Nagel machen würde und ich hier reindrücken würde, ich würde fester drücken, dann würde es anfangen zu bluten. Können und wollen wir den Druck, den Jesus uns, Ihnen und mir zumutet, aushalten? Das ist die Frage. Diese Frage kann sich jeder in der nächsten Zeit ganz persönlich stellen. Das Herrliche ist ja, dass wir mit dem Druck aber nicht alleine gelassen werden. Weil was wäre das für ein Herr, ein Vater im Himmel, wenn er uns alleine lassen würde? In Psalm 68, Vers 20, da heißt es, er trägt unsere Last. Eine andere Übersetzung sagt, täglich legt er uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Nach Luther Übersetzung. Machen wir uns dieser wichtigen Tatsache bewusst, als Jesu Hände am Kreuz festgenagelt wurden, nagelte er auch unsere, unsere, ihre und meine, deine und meine Schuld und Sünde am Kreuz an. Nicht die Nägel haben Jesu am Kreuz festgehalten, sondern seine große, unermessliche Liebe, die er zu mir, zu ihnen, zu dir hat. Wie heißt es in Hebräer 12, Vers 2? Bitte schlagen Sie doch mal auf. Hebräer 12, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, so heißt es hier, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und dann heißt es so schön im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 14, denn die Schuldschrift ist ausgelöscht und ans Kreuz geheftet. Ans Kreuz geheftet. Alles, was Jesus tat, hatte Hand und Fuß. Hätte Jesus nicht konkret gehandelt, hätten wir keinerlei Chance auf die Versöhnung mit Gott, ist uns das bewusst. Und darum frag dich heute selber. Und ich muss mich das auch fragen. Immer wieder aufs Neue. Hat das, was wir für Jesus tun, tatsächlich Hand und Fuß? Wie sehr habe ich Jesus lieb? Bin ich bereit, zu allem Ja zu sagen, was der Herr mir aufträgt? Und jetzt sind einige vielleicht sofort und sagen, Ja, ich bin bereit. Sagen sie nicht so schnell Ja. Lesen Sie bitte mit mir, wie es den Jüngern erging hier. Markus 10, Markus 10, bitte. Markus 10. Markus 10, die Verse 28 bis 30. Da begann Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Auf der Erde hat die Nachfolge den Jüngern Jesus keinen Cent eingebracht. Sie wurden dadurch nicht berühmter, nicht reicher. Sie haben nicht einen besonderen Fanklub irgendwo dann aufmachen können. Wie erging es den Nachfolgern Jesu? Bekamen sie Ehre? Bekamen sie eine anständige Rente hinterher am Ende ihrer Dienstzeit? Ich habe nur so ein paar Dinge einfach mal rausgenommen. Jakobus wurde von Herodes enthauptet, dieser Jünger Jakobus. Petrus wurde in Rom mit dem Kopf an einem x-förmigen Kreuz nach unten getötet, so sagt es die kirchengeschichtliche Überlieferung. Matthäus, auch nach Kirchengeschichtsüberlieferung, ist in Äthiopien als Märtyrer an einer Schwertwunde gestorben. Johannes wurde auf die Gefängnisinsel nach Patmos verbannt. Bartholomeus, auch bekannt als Nathanael, so sagt die Kirchengeschichte, war Missionar in Asien. Er bezeugte das Wort Gottes auf dem Gebiet der heutigen Türkei und wurde dann wegen seiner Predigten in Armenien gequält, gepeitscht und zum Schluss enthäutet. Und ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich will uns, ihnen und mir das ersparen. Es gibt noch viel mehr solcher Berichte. Auf jeden Fall, jeder dieser Nachfolger Christi traf mit seinem Verhalten den Nagel auf den Kopf. Sind wir und wären wir, sie, du und ich, bereit auch dazu? Wer in der heutigen christlichen Welt gut ankommen möchte, der muss einfach so vielen wie möglich nur schön nach dem Mund reden. Das macht beliebt, das macht keinerlei Scherereien, sondern das hebt sogar das angebliche Ansehen. Aber damit verfehlen wir fast immer und ich würde sagen, noch nicht mal fast, sondern wir verfehlen damit immer das Schwarze auf der Zielscheibe Gottes. Also wir treffen nicht den Nagel auf den Kopf. den Nagel, der diese Zielscheibe hält. Und darum mein dritter und letzter Tipp, mein dritter und letzter Nagel in dieser Einheit. Triff den Nagel auf den Kopf und rede konkret von Jesus. Rede konkret von Jesus. Der erste Punkt war, rede konkret mit Jesus. Der zweite Punkt, Handle konkret wie Jesus und jetzt dieser dritte Punkt, rede konkret von Jesus. Rede konkret von Jesus. An dem Namen Jesus Christus, da scheiden sich die Geister. Auf Straßeneinsätzen, wenn wir Gottes Wort verkündigen, in Gesprächen, die wir haben am Arbeitsplatz, haben die meisten gar kein Problem, wenn wir sagen, Gott, ich glaube an Gott. Ja, ist okay. Ich habe, ja. Aber wenn der Name Jesus Christus ins Spiel kommt, dann wird es problematisch, dann wird es kribbelig, dann sind die Leute so, ah, jetzt übertreibst du es aber. Wenn wir heutzutage von Gott sprechen, dann können wir auch überhaupt nicht davon ausgehen, dass damit der einzig wahre Gott, der Schöpfer dieser Welt gemeint ist, der in der Bibel erwähnt wird. Schon die Kinder bekommen teilweise in den Schulen eingetrichtert, dass Allah nur ein anderer Name für Gott ist. Das stimmt aber nicht. Das ist eine glatte Lüge. Es gibt zwei Bibelstellen, die wir uns alle unbedingt merken sollten. Auch die, denen das auswendig lernen, vielleicht schwerfällt, so wie mir. Ich muss mir da immer Gedächtnisstützen machen, aber diese beiden Bibelfersen sind so wichtig. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Bitte schlagen Sie es mal auf. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das ist ein sehr interessanter Vers hier und den sollten wir eigentlich uns irgendwo hinkleben, so am Spiegel morgens, wenn wir dann im Bad sind oder so, dann erinnern wir uns dran oder am Küchentisch irgendwo hinlegen, da, wo wir am Kühlschrank, wo wir immer dran gehen, dass wir immer wieder dran erinnert sind. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden sollen. Und das ist der Name Jesus Christus. Die zweite Bibelstelle ist Johannes 11. Johannes 11, Vers 25 und 26. Da heißt es, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wenn wir mit den Menschen über den Glauben reden, dann müssen wir über Jesus Christus reden und nicht nur über Gott, sondern Jesus macht es aus. Jesus ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen Jesus und sein Blut ist allein die Eintrittskarte in den Himmel. Er allein und das vergossene Blut am Kreuz auf Golgatha. Es ist enorm wichtig, dass wir Menschen mit Jesus Christus konfrontieren und sie ganz einfach und simpel fragen, glaubst du an Jesus Christus? Für viele Menschen ist das nicht leicht, vom eigenen Glauben so weiterzuerzählen. Der Glaube an Jesus Christus wird immer mehr zu einer Privatsache gemacht. Das amerikanische Institut Barna hat zwei vergleichende Studien etwas Tragisches herausgefunden in diesen Studien. Nur noch 64% der amerikanischen Christen fühlen sich persönlich verantwortlich von ihrem Glauben zu reden. Naja, immerhin 64%. Ja, stopp. 1993 waren es noch über 90%. Über 90%. Aus Deutschland gibt es da leider keine Zahlen, aber wir wissen auch, wie schlecht es um Deutschland und die deutsche Christenheit an dieser Stelle geht, mit dem persönlichen Weitergeben des Evangeliums. Was sind die Gründe für diesen massiven Abfall der amerikanischen Christen? Warum tun sie es nicht mehr? Da wird gesagt, die gesellschaftliche Entwicklung und die Ängste der Christen. Das war die Top-Antwort. Welche Ängste wurden denn da konkret genannt? Welche Ängste kann man denn haben als Christ, dass man es nicht weitergibt persönlich? Ja, die Angst nicht genügend zu wissen, wenn ich gefragt werde. Warum? Weil ich mich hierdrin nicht auskenne, in Gottes Wort. Und deswegen habe ich Angst und halte lieber meinen Mund. Das Zweite war Angst, dass man vielleicht abgelehnt wird. Dass mein Gegenüber dann vielleicht nichts mehr mit mir zu tun haben möchte oder am Arbeitsplatz. Oder auch Angst, etwas zu verlieren, nämlich vielleicht Anerkennung. Keiner dieser Gründe sollte uns aber tatsächlich wirklich Sorge machen. Wir sollten uns nur über die einzige Sache in diesem Zusammenhang Sorgen machen, nämlich was geschieht mit den Menschen, wenn wir ihnen nicht von Jesus Christus konkret erzählen. Was passiert dann mit diesen Menschen, die von Jesus Christus nichts gehört haben? Nur die konkrete Entscheidung für Jesus Christus schenkt ewiges Leben. Das sollte uns bewusst sein. Und darum müssen wir, sie und ich, du und ich, unbedingt klar von Jesus Christus sprechen. Ja, sowas fällt einem nicht in den Schoß. Das muss man auch mal üben, das muss man, ich würde sagen, auch ein bisschen trainieren. Unsere Gebetsmuskeln und Evangelisationsmuskeln müssen richtig trainiert werden. Deswegen sind wir hier an einer Bibelschule. Wir bringen jungen Menschen und jung gebliebenen Menschen genau das bei. Wie kenne ich mich aus in Gottes Wort und wie bringe ich das, was in Gottes Wort steht, rüber zu den Menschen, dass für die gute Botschaft sind eigentlich wir, sie und ich selber. Sie und ich sind der lebende Beweis, wenn sie Christ sind, dafür, dass gestresste Personen Frieden finden können in Jesus Christus, dass man freundlicher und liebevoller werden kann und dass die Panik vor dem Tod wegfällt, weil wir Christen wissen, wo es nach dem Tod hingeht, zum Vater in den Himmel, zu Jesus Christus selber. Erzählen wir doch einfach von dem, wie wir mit dem Herrn Jesus dieses Erlebnis gehabt haben, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist, in der Gemeinde, bei Freunden oder vielleicht sogar auch auf der Arbeit. Und bitte nicht vergessen, Gebetsvorbereitung ist notwendig dafür. Gebetsvorbereitung ist notwendig. Herr, bereite du die Situation vor. Herr, schenk mir Mut und jetzt die richtigen Worte, das dann auch meinen Leuten, vor denen ich stehe, es weiter zu sagen. Und dann, wenn wir unsere Hoffnungsgeschichte erzählen, sollten wir den Nagel auf den Kopf treffen, wenn sie ihr persönliches Zeugnis weitergeben. Dann sollten sie den Nagel auf den Kopf treffen. Kommen wir auf den Punkt und sprechen aus, wer uns verändert hat. Darauf kommt es an. Nämlich Jesus Christus, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, die jeden Morgen Neues. Und wir haben es vorhin aufgeschlagen und ich möchte es noch einmal wiederholen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus Christus, darauf kommt es an. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Allen wünsche ich in dieser kommenden Woche, dass wir konkret mit Jesus reden. Dass wir konkret reden wir konkret mit Jesus. Handeln wir konkret wie Jesus und das war das Zweite und das Dritte reden wir doch konkret von Jesus. Reden wir doch konkret von Jesus. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, worauf es ankommt. und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie dies in dieser kommenden Woche und dann, wenn Sie es jetzt sehen, anhören, es umsetzen. Denn wir sollen nicht nur was Hörer und Seher des Wortes sein, sondern auch Täter. Lassen wir es uns anpacken, den Menschen von Jesus weiterzusagen. Amen. Zum Abschluss möchte ich gerne noch mit uns beten. Treuer Gott und Vater, wir haben eine ganze Menge aus Gottes Wort jetzt gehört. Wir haben vieles, was uns jetzt durch den Kopf geht, was unser Herz bewegt. Herr, und wir bitten dich so darum, dass du uns ganz neu anpackst, neu entfachst, dass wir auf Menschen zugehen, dass wir uns nicht schämen, sondern dass wir von dir weitersagen und dass wirklich bald der Letzte hinzugetan ist, dass du wiederkommen kannst, Herr Jesus, dass der Letzte erreicht ist mit dem guten Evangelium. Und Herr, so wie die ersten Christen es gebetet haben und sich zugerufen haben, so wollen auch wir es tun und rufen Maranatha unser Herr komm und vielleicht heute. Amen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir vom Bibelcenter Breckerfeld wünschen Ihnen jetzt Gottes Segen und eine bewahrte Woche. Bis wir uns wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, der Vortrag hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch dalassen, so haben auch wir ein Feedback von euch. Diese Arbeit wird durch Spenden finanziert. Wenn ihr uns unterstützen oder einfach mehr über das Bibelcenter erfahren wollt, schaut hier unten in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr über einen Link direkt auf unsere Internetseite. Für weitere Videos und Vorträge schaut euch gerne auf unserem Kanal um. Und damit ihr keine neuen Videos verpasst, einfach auf Abonnieren klicken. Also bis zum nächsten Mal hier oder am besten live bei einer unserer nächsten Veranstaltungen in Deutschland oder der Schweiz. Bis dahin wünschen wir als ganzes Team Gottes Segen.